hallo liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen schönen runde hier im duo team aber hier ganz neues mit dem dennos und ja wir sind gerade über rojok raus gedroppt ne und ja was denn? links von mir ist einer, hier ist keiner wollte ich gerade sagen also ich glaube ein bisschen was anderes bei mir in der halle ist glaube ich jemand gelandet, ja auf jeden fall ja die schaukel lagerhalle curry ja 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 versuch so schnell wie möglich eine waffe zu bekommen also die werden wahrscheinlich zusammen gehören also der eine typ bei dir und der andere typ bei der lagerhalle nice ich hab ne pistole wenn möglich direkt töten so weißt wenn du jemanden siehst, Alter, das ist so ein nachbarhaus von mir ok ich glaube ich werd mal zu dir kommen ah nice ich hab auch ne ump komm ich komme ist der jetzt aufs dach? ja der ist auf dem dach ich bin da, ich bin da der ist auf dem dach, der ist auf dem dach ist der oder was? ja 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 ok warte 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 Alter wo ist der? hab einen nein ist der andere, rennt mir gerade hinterher hier bei mir Alter, der hat mich nice, Alter, boah hast du überlebt? der hat ne Vector und ne Schrot, ja ja holy shit ey ich komm guck mal mein Herz ey ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn geil ey das war halt geil, weil in dem Moment wo der geschossen hat, hab ich halt die Tür geöffnet, weißt du? ja perfekt boah, okay go, dann nimm seinen Loot, guck mal ob der was zu hoch hat den hier oben, von oben holen, weißt du? ja ja da kam genau der im Rücken war das der Mate, meinst du? ja ja, hundertprozentig, der war ja direkt tot der war direkt down boah, ich hab so mit der UMP auf den einge... boah die Vector nehm ich eigentlich lieber mit ey ja nimm mal lieber mit, ich guck mal was der hier oben hat aber hat ein guter Folgenstahl, Leute, ne? boah, ich brauch immer zum Heeren hab ich, hab ich, komm, kannst du mir auch Twitch-Maske, kannst du mir kommen, Curry der hat ja gar nichts, der Typ die Twitch-Maske hab ich auch angezogen der hat hier auch UMP-Money, äh, Dings-Money, äh, ACP, ne? wenn du die Dings hast boah, heilige Scheiße er wär auch zu langweilig, wenn das nicht so wär hier, ne? hehehe komm, genau, wenn du hochkommst ich leg dir da mal, äh, ein, ein, ein Energiepaket hier oben hin guck mal sieht das aus mit den Zöhnchen, oh ich hab mir eins ausgekackt nice, mann boah, die, die Dings, die UMP ist schon heavy, ne? ja, die UMP ist einfach geil eigentlich muss man die immer dabei haben, wirklich die ist einfach sexy ein sexy Wäffchen ist das na, sexy 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 da hab ich eigentlich jetzt keine Schießerei gehört, ne? also, eigentlich relativ ruhig hört man die von hier aus? ja, die ist ja direkt hinter dem Hügel, also ich denk mal schon, dass man die Schütze hören dürfte ja ok, wollen wir, äh, rüber, äh, also hier mal looten, das statt? ja, wir können uns ja langsam, ach, die ACP-Money stimmt genau take it wir können uns ja langsam mal voran arbeiten da ja, was hast denn du für ein Magazin, hast du schon erweitertes oder so? äh, ja, ja, hab ich weiß was? ja, doch, ist gut also erweitertes habe ich, aber es gibt ja noch diese Schnellwechsel erweiterte ja, das ist halt, äh, ne? ja, das ist halt, äh, ne? okay, bleiben wir einfach zusammen komm ja, lass lieber zusammen looten, ist besser unzertrennlich müssen wir halt, äh, nach und nach zusammen hoch looten ja oder Leute killen aber lass mal heute folgendes machen doppelt killen äh, versuchen so viel Energie wie, äh, wie es geht zu kriegen und dann, äh, spielen wir halt krass mit der Zone, weißt du? ja es ist ja immer hart am Limit der Zone bleiben ja kann sein, dass es voll in die Hose geht ja, nimm, 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 nimm kann sein, dass es voll in die Hose geht hast du noch einen? ich hab, ich hab, ja, ja ok, nice jetzt noch einen, Alter, was ist hier denn los? ja, siehste weil ich nur noch, also wir brauchen halt einen Rucksack, damit wir genug mitnehmen können boah ja, äh, letzte Folge, zieht euch die rein also, es war nur Zombie-Modus activated, ey war schon geil der pure Wahnsinn ja, die Folge war aber schon krass ja, wie die alle schluss alle kamen diesmal hat man es halt gemerkt, die haben sich nicht gegenseitig gekillt sondern einfach alle zusammen und dann BÄM genau voll geil Hallo oh, hier ist, äh hm hier ist noch ACP-Money, ne, bei mir ja, nice du hattest übrigens recht mit den Jacken, das ist wirklich nur Kosmetik ja, ok hat jemand in die Kommentare geschrieben, ey siehste, haben wir wieder was gelernt, ne? haben wir wieder was gelernt, ja hast du ne Weste? achso, hast schon ja, hab ich du brauchst nen Rucksack noch, ne? hier war noch UMP-Money, oder was? ja, ja, in nem kleinen Schüppchen ach, ACP, ja, nice ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass wir gar keinen Zombie-Modus mehr spielen, weil ich bin die ganze Zeit am denken, wo ist die Horde wo ist die Horde, Alter wo ist die Horde wo ist die Horde ich geh mal hin, hier ist noch mehr ACP-Money, ey, was ist was ist, was ist fuck, man oh, hier ist ne SCAR, nice kann halt alles gebrauchen, so zack ich hab n zwei ich hab n Rucksack übersehen, kann das sein? ich weiß es nicht, ey hast du den Scope schon? ne ich kann dir was geben ne ich hab jetzt die SCAR und, äh ich kann dir was geben, warte da haben wir hier, ich geb dir mal, äh, nen Red Dot, okay? ne, liegt bei mir unten guck mal unten da ja und, äh, hier, noch was nimm das mal schon mal mit, falls du gleich ne Wache findest ok füllen Rucksack, naja, hier kann ich nicht mitnehmen wir müssen auf die Zone achten, ne? ja, deswegen, 16 Sekunden, da geht's langsam los ja, ich loote mal ein Haus weiter schon mal ja ah, hier ist noch ein Rucksack, nice hast du das erweiterte Wechselmagazin liegen lassen? ja, ich nehm das gleich mal mit ok, ok besser, ne? besser ist das so besser ist der Kram, du ok, nice, UMP-Money hier ist noch ne UMP-Curry, wenn du willst ich hab ja UMP, ich hab ja schon hallo ok, hab ich ja gefunden dann ist ja ja, ich nehm mal mit schön, was da stehen kann so ach, was mach ich denn da? Rucksack hast du gesagt hast du, ne? Rucksack hab ich, ja bestens ich bin ready wollen wir dann langsam mal in die Richtung schon mal laufen? ja können wir die Häuser dann auf dem Weg da noch mitnehmen wuuu let's go müssen wir halt gucken in der Schule, ne? dass die Leute da jetzt nicht ja, genau die halt parallel mit uns laufen sag äh, was ist das denn hier? oh, ne UMP hast du, was hast du als Primärwaffe? äh, UMP und Vector ich würde die Vector aber gerne behalten eigentlich ja, weil hier ist ne UMP, ne? ja, die kannst du ruhig nehmen, ich brauch die nicht hm haben wir verschiedene Muni, also wenn du die UMP dann soll ich die Scar behalten oder soll ich die UMP nehmen? warte mal okay, da vorne ist ein Buggy, den könnten wir nehmen zum Notfall ja, ich bin grad hin und her gerissen oh, die UMP ist gut, ne, ich bleib mal bei der ich spiele heute mal mit der Scar, ich zieh da durch, komm wieder durch, ey jetzt habe ich aber mit der Scar genug Schuss, okay, sehr gut ich bin ja ein Freund der M4, mit der M4 habe ich eigentlich schon äh ja, die M4 ist cool schon viel reißen können eigentlich, aber immer offscreen das geil ist, wenn ich nicht aufnehme, dann bin ich halt die ganze Zeit voll ruhig das ist immer dasselbe dann spielst du halt chillig so weißt du und mach's einfach ne, schon wieder Munition, Alter, was ist denn hier los? die Zone kommt langsam langsam go, laufen wir in Richtung Buggy das ist, glaub ich, im Westen runtergelaufen äh, im Westen runter die, äh, Straße mhm, okay, ich komm I'm on my way oh, 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 oh spannend noch ein Medizinkocher, ich kann dir gleich noch einen geben mhm schieb dir gleich noch einen haust du mir an in der Fress jetzt ist weg, sagt, O okay, dann machen wir Go wenn ihr sagst, komm macht wir Go, und dann, ach komm, dann auch das Haus machen wir Go, Männer war jetzt noch ein Schally, ne, geil ja, da war ich sexy okay, da war jetzt wirklich aufpassen, ey 51 noch? Was ist denn passiert? Das ging schnell, ne? Aber da vorne ist auf jeden Fall ein Buggy hinter dem Schuppen. Du hast jetzt nur zwei Nahkampfwaffen, richtig? Ja gut, die UMP kannst du auch... Also ist natürlich nicht so distanzfähig. Ja, stimmt. Soll ich dir einen Zweifachscope geben? Das wäre schön, wenn das geht. Dann nehme ich den Vierfachscope auf die Dings. Hier, guck mal. Zack. Danke. Bitte. Okay, mal hilf. Problem ist, wenn man davor Zombie gespielt hat, dann bist du einfach so rumgerannt, weil du... Weil du wusstest, auf der Distanz oder so kann dir niemand was anhalten, weißt du? Ja, ja, das ist... Deswegen rennen wir einfach hier. War da doch kein Buggy, Leute? Motorrad. Moped. Das sah in der Ferne aus wie ein Buggy. Ist ja fast so angehört, oder? Ja, ja, eben. Komm, heute bist du mal Beifahrer, Curry. Klar, ab geht's, Leute. Weil es sieht immer so schön aus, wenn du mit deinem... Komm, wieder mit deinem SM-Baskelotter sitzt, ey. Hier wollen wir mal direkt richtig tief rein düsen, da, oder? Boah, ernsthaft? Du bist so ein knallarter Hund? Hier vielleicht sogar hin, ey. Okay, Mann. Wo ist das? Oh, du musst mal ein bisschen über die Hubbel. Wo ist das, ey? Wo ist das? Warte, ich fahre ein bisschen hier lang, weil dann müssen wir die über die Hüffel springen. Du fährst aber gerade schnurrstreichst auf Pochinki zu, ne? Ja, ich weiß. Ich wollte es aber gleich da an die Straße rechts fahren. Okay. In den Hubbels, weißt du? Ja, klar, stimmt. Das ist sicher. Er weiß, wie das machen muss, ey. Guck mal hier. Wupp! Ahaha! What? Ja, also... Nichts passiert. Oh mein Gott. Warte, geh zurück, geh zurück. Komm, wir kicken das. Geh weg, geh weg. Das kippt, das kippt. Nein. Okay. Dennis? Ja. Junge, der leckt rum, Alter. Hallo, Curry, ich höre dich noch. Bist du bescheuert? Da bin ich. Was machst du denn, Alter? Geh wieder. Wann war das denn jetzt? Junge, der steht da ein, weil der war da. Du, ich sehe, du, ganz langsam. Ich sehe, du, ganz langsam, wie du gerade ausweiterläufst. Fahr nach rechts, fahr nach rechts, fahr nach rechts. Ja, ja, ja. Dann fahren wir durch die Stadt, Alter. Du fährst uns durch die Stadt, ey. Ach so, ich sehe. Weiter, weiter, weiter. Komm, einmal durch die Stadt, komm. Ah! Du darfst nicht so schnell fahren. Du musst echt vorsichtig sein, jetzt, wenn jemand hier hört, ey. Sind wir, wir sind Kanonenfutter. Okay, rechts. Nice. Okay, da vorne ist die Zone. Wir fahren einmal kurz raus und dann fahren wir da links. Ja, ja, kein Problem, kein Problem. Jetzt links durch den Zaun, Alter, hier. Jawoll. Boah, okay, jetzt müssen wir weiter rechts. Hm, zu der Markierung einfach, ne? Ja, ja, genau. Alter. Ich hab jetzt so ganz langsam in den Zeilen, du bedreht sich das Ding wieder, ey. Ich sehe nur so, wie du immer gerade, ich hatte eben hier auch so ein Disconnect oder so kurz. Ja, du warst auf jeden Fall weg, du hast mich nicht... Alter, was machst du? Was? Ich wollte den Konkurrierer machen. Das Ding steht immer noch. Ah, ne, doch nicht. Ich kann nicht mehr. Aber vielleicht können wir uns aber reinsetzen, weil das Moped ist. Ey, mit den Fahrzeugen ist es einfach... Okay, ich ballere eben rein. Ja. Hä, was macht das denn? Ich höre nur neben mir so... Oh, warte, ich kann nicht mehr, ey. Die Fahrzeuge sind einfach so geil. Dreht sich das Richtigste da auskommen, so, ey. Ich kann nicht mehr. Alter. Okay, das bringt vielleicht noch... Wir haben bei PlayNation.de übrigens, äh, TV und eine Top-List gemacht am Donnerstag. Die besten Puppen-Momente. Unbedingt mal angucken, jetzt ist das so lustig. Pass doch noch an. Ja, nice, Alter. Okay, jetzt pass aber auf, ey. Fand ich so schnell. Go, 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 die Schüsse kommen, ey. So, shit voll, komm. Oder die Tempo. Das hat er einfach durch, das schaffen wir. Das ist gerade... Okay. War da durch jetzt, Junge. Wir sind Rambo, Alter. Ja, oh mein Gott. Fahr ein bisschen weiter links. Ja, ja. Genau. Pass doch mit dem Hubbel auf, ey. Schaffen das, Mann. Oh, warte. Sprich nicht so schnell da drüber, ey. Mit Gefühl, ey. Ready, Mann. Pass auf, pass auf. Ja, ich sehe doch alles, habe alles im Blick hier. Ja, da kommt Klippe, ey. Wo ist da, Alter? Ich sehe nichts mehr, sind ein paar Hubbel, ich habe alles im Blick, sagt er. Ich hoffe, es sehe alles, okay. Oh, nice. Pass auf, steigen, ey. Wo sollen wir hinfahren? Was soll weiter, da? Pass auf, da sind nochmal Hubbel, Hubbel, Hubbel. Schaffen wir. Fahr, 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 fahr. Bomme de Morala. Fahr, Alter, fahr direkt in die Küsten, Küstenhütte, Alter. Obwohl, warte mal, wir können hier eigentlich runterfahren, hier runter links. Die Küstenhütte ist schon, ist gelb oder was? Gelb? Ja, ja. Okay. Küstenhütte ist schon Geschichte. Die Küstenhütte. Okay, dann müssen wir gleich, pass auf Hubbel, Alter. Boah, wir sitzen mit dem Hubbel, wie so Geschwindigkeitshubbel, weiß ich, die im letzten Moment auftauchen, ey. Aber die beiden hier mit dem grünen Helm, ey, ich kann nicht mehr, Alter, was ist hier los? Wir sind die grüne Marine, Alter. Das ist ja echt so UN. Die Infanterie, ey. So, okay. Ne, UNer blau, ne? Oder weiß? Ja, blaue UN, ja. Ja. Ne, weiße sind die weißen Helme, genau. Alter, der springt wieder, den Mega-Jump. Junge, was ist denn? Was ist denn hier los? Ich kann nicht mehr. Alter, das war das zweite Mal. Der Motorrad ist voll verpackt, lass mal laufen, lieber. Junge, zwei Packages sind rausgegangen. Ich kann nichts dafür. Das glitscht und dann flieht man. Ey, drück doch einfach durch, Alter. Will ich wieder stehe. Warte. Junge, dann finden wir die Runde jetzt, pass auf. Ey, will das? Oh Gott. Ich hör da was. Oh, ich renn mal eben zur Wand, Tee, ey. Oh Gott, ein Hitze, ich bin weg vom Fenster, ohne Scheiß. Was macht meiner denn, Alter? Der ist im Army-Modus, Alter. Boah. Stammt der bei dir auch so rum? Nö. Okay. Hä, meiner zittert irgendwie. Was hat der denn? Ja, würde ich... Wunder dich das. Okay, lass uns weiter machen. Go, komm. Ich will auch so zittern, wenn so ein Bekloppt der da ganzer Zeit. Nee, ey. Boah, links sind Spieler. Links? Aber weiter weg, ja, ja. Hast du ihn gesehen, oder was? Ich hab da gar keinen Punkt gesehen. Bei dem Braun da hinten. Wir müssen zu dieser Hütte hin, ey. Ja, Mann. Erst dann fühl ich mich safe. Oh, wie geil. Oh, ja, links fährt ein Buggy. Osten 105. Die fahren auch zu der Hütte, Dennis. Ja, das sind unsere Opfer jetzt. Wir müssen die töten, Curry. Okay, Alter, die haben einen Unfall gebaut. Ja, dann ist jetzt zu... Wo? Links beim Zaun, bei der Wand. Boah, da sind schon welche. Ja, da sind schon andere. Ja. Wir müssen von rechts da ran. Ja, komm, komm, komm. Wir dürfen nicht gesehen werden, ey. Soll ich einfach mal aufzulachen, Mann. Bis in den Safe-Modus. Soll ich einfach mit Motorrad reinfahren? Wir springen einfach mit Motorrad über die Rampe aufs Haus drauf, alle. Boah. Ey, das müssen wir immer mal echt probieren. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen. Jetzt vorsichtig, komm. Jetzt wieder Army-Mode, Alter. Okay, Mann. Ich hab keine Ahnung, wo die hinten sind, ey. Die müssen jetzt irgendwo links sein, ja. Ich guck grad mal, ob... Boah, okay, die sind grad ins Haus gegangen. Welches? In das fette Haus. Da ist grad auf jeden Fall einer reingelaufen. Alter Schwede, ey. In das auf 60, ne? Ja, das fette, genau. Das größte, ja. Wo ist der andere? Aber die haben die halt gekillt, glaub ich, ne? Ja, können wir... Sind auf jeden Fall zwei gestorben. Sollen wir hier erstmal reingehen in die Hüte und dann erstmal Ausschau halten? Ja. Hoffen wir einfach mal, dass sie uns noch nicht gesehen haben, ne? Ne, ich glaub nicht. Kann natürlich sein, äh, aus Süden konnten ein Boot gefahren, warum auch immer. Null. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Okay, wir flotieren. Okay, hier ist safe. Okay, was liegt denn hier? Schon wieder, schon wieder ne M16. Safe. Steps von außen. Jo. Der ist bei mir an der Ecke. Einer Headshot. Hochheilen, hochheilen. Er müsste töten. Na, Nate, kommt. Ich seh das, wenn er wieder beliebt wird, Curry. Siehst du den? Ja, der ist hier an der Ecke. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich höre ja, wenn ein anderer kommt. Okay. Hast du die Tür aufgemacht? Ja, das war ich. Wo ist der Kollege? Ja, komm, ich nehme mal safe töten lieber. Ja, ich weiß nicht, ob der... Ich weiß nicht, wer hat die Granate getroppt hat, ne? Soll ich rausgehen? Ich hab die Granate geworfen. Ach so. Ich geh mal hier an der Seite raus. Okay, pass auf. Wo ist er? Nice. Komm rein. Der lag auf dem Boden noch, ne? Ja, ja. Okay, der Maid, der muss irgendwo hier sein. Ja, der wird wahrscheinlich noch im Haus sein. Sind wir in der Zone? Alles gut, ja. Ich hab die Tür gehört, warst du das? Das war ich, das war ich, ja. Easy. Guck ganz auf das Haus, ich seh den aber nicht. Ich bin genau gegenüber, ne? Also ich kann... Dann müsst ihr im fetten Haus sein. Okay, wir warten mal. Kann nur da drin sein. Also zumindest ist der da halt grad reingelaufen, weißt du? Mhm. War dir das nicht, der hier draußen liegt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das kann der auch gewesen sein. Aber der ist ja auf jeden Fall nicht direkt gestorben. Also einer ist ja auf jeden Fall hier noch. Oder er spielt mit Random-Typen, man weiß ja nicht. 26 nur, ja. Er lebt sich erstmal zurück. Ja. Ich hab die Big Bude von Big G im Blick, ne? Ja, nice. Okay, ich guck mal in die andere Richtung, ich gucke in Richtung Süden. Ja. Ist die Tür wieder aufgegangen? Das war ich, das war ich meine Tür. Das war deine Tür. Das war meine Tür. Da kommt was angefahren. Boot, ja, Dutchia, Dutchia. Im Süden. Wo der Pferd einfach an der Küste entlang. Boah. Ich glaub, die gehen zum Kerk-Package, kann das sein. Ja, fährt den Hügel hoch. Na, Geduld. Wie sieht in die Zone jetzt aus? Ach, die kommt jetzt. Okay, einfach warten. Boah. Oh ja, da wo der Dutchia hingefahren ist, da wird geballert. Klingel, wieso? Oder Moped? Bleibt hier stehen. Vorsichtig, vorsichtig. Kannst du nicht sehen. Ich glaub, bei der Scheune, oder? Ja, ich guck gerade. Okay, so wenig Steps machen wie möglich. Ja, ja. Okay, Scheune, ja, ja, ja. Hast du gesehen? Ja, ja. Links ist Scheune aufgehangen. Ich weiß nicht, ob das ein oder zwei waren. Ich hab nur die Tür gesehen. Du hast gesehen, wie die aufgegangen ist? Ja, ja. Okay, nice, ja. Da oben ist einer, ja. Oben ist Scheune, äh, auf der rechten Seite ist gerade einer. Ja, vom Fenster. Okay, nice, sehr cool. Der looted halt, ne? Der, müsste aber gucken, wir brauchen eigentlich Medizin noch, ne? Energydrinks oder so. Da ist er wieder. Ich hab halt Verband. Der aimt ab, ne? Der guckt hier rüber, der guckt hier nicht rüber. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Und dann, lol. Ohne ist halt direkt hier auf dieses Viertel, ne? Können die auch in Sicherheit wiegen. Aber das Ding ist halt, die sind da oben im Vorteil, weil das Problem ist, dass die nur die eine Treppe abelben müssen, ne? Ja. Und wir müssen halt da reinkommen. Ja, gut. Also, stürmen würde ich die jetzt auch nicht. Ja, ich würde einfach warten. Die kommen bestimmt gleich hier rüber, weil die looten. Schönen Geduld. Wir müssen jetzt ein bisschen taktisch und ruhig spielen. War auch wieder meine Tür, ne? Ich mach hier auch. Ja, ja, ich weiß. Warte. So, zacken. Ja. Boah. Also, wir haben gerade Jackpot mit der Zone, wirklich. Ja, wir haben echt Glück. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ihr gehört alle uns, ihr kleinen Drecksäcke. Help me. Also, klar, viele wollen Energydrinks. Ich hab gar nichts. Okay. Ich hab nicht mal Medizin mehr. Ich hab nur 18 Verbände. Ja, ich hab auch nur 5 Verbände noch. Ähm, genau. Wir machen jetzt ein Hauscamping ein bisschen, aber wir müssen halt gerade mal so spielen. Ich mein, wo sollen wir hin, ne? Also, was sollen wir machen? Könnte nachher spannend werden, was mit der Zone passiert. Okay, aus dem Südwesten kommen zwei Leute in den Hügel runter. Mhm. Die ballern sich weg. Ja, ist doch easy. 18 noch. Okay, die Zone haben wir halt echt Lack gerade. Das ist ja krass. Also, der ist da oben in der Scheune. Und das Gute ist halt auch, ich denk mal, die meisten werden zuerst in das Vetterhaus gehen, weil die halt von der Richtung kommen, weißt du? Ja, die werden in die Scheune gehen. Einfach Geduld haben. Immer schön ruhig bleiben. Geduld, Geduld. Der ist da oben in der Scheune, der ähmt die ganze Zeit das Fenster ab. Alter, da im Südwesten wird so geballert gerade. Der wüsste so, dass wir direkt... Alter, er guckt gerade am Fenster. Das sind zwei, glaube ich, das Auto springt gleich in die Luft, ey. Oh, jetzt schießen die. Aber nicht auf uns. Nö, nö. Da wird ja auch nur die Scheiben zerschossen. Das wäre aber dumm. Weil das kannst du auch mit Fäusten machen, einfach. Ja. Also, vielleicht wissen die das nicht, aber... Da ist er wieder. Genau gegenüber. Ja, ich sehe es. Stufe 2 Helm, ne? Ja. Ich habe die andere Richtung im Blick. Okay, jetzt wird es spannend mit der Zone. Weil ich denke mal, das wird... Also, auf dem Feld. Ich... Eigentlich nicht... Direkt auf dem... Auf dem... Wir müssten da eigentlich... Wir müssten da eigentlich warten, bis die Zone ganz knapp bei uns ist. Es kann sein, dass das... Nur die Häuser hier werden. Boah, das wäre natürlich der übelste Checkport, ne? Das kann wirklich sein. Okay, ich sehe gerade noch einen, äh... Recare-Package kommt direkt runter an den Strand. Alter, what the fuck, ey. Boah. Okay. Okay, die Zone, da müssen wir gleich moven, ne? Ja. Wir müssten eigentlich irgendwie... Ah, die sind natürlich jetzt da... Mega. Wir müssten eigentlich warten, bis die halt rauskommen. Aber von hinten kommen halt auch Leute, ne? Ja. Wir müssen eigentlich jetzt erstmal die Leute an uns vorbeiziehen lassen. Wir haben es aber nicht weit. Ein bisschen tricky. Ja, das ist... Das ist das Gute. Wir können warten. Ja. Bis die alle vorbei sind, weißt du? Und wir können die, ähm... Mauer nehmen, die links von uns ist beim Wasserturm. Oh. Ja. Das war der aus der Scheune, oder? Ja, ja. Natürlich ist jetzt geil, wenn die den töten würden. Ja, da ist er wieder. Okay, wir warten. Easy go, Leute. So, noch 15 Stück. Und da vorne unsere zwei Freunde. Tim und Struppi. Okay, wir haben 1,14 Zeit. Selbst wenn die Zone gleich kommt, wir können direkt mitlaufen. Ja, ja. Wir müssen nur hoffen, dass irgendein Trottel an uns vorbeirennt. Einfach keine Geräusche machen, dann passt das. Also am Strand, im Südwesten, ist noch ein Care Package. Also da ist auf jeden Fall noch Bewegung, sehe ich. Mhm. Okay, 13 noch. Wir sind gerade im Fight. Boah. Der hat für eine Waffe da drin, Alter. Haben eigentlich Granaten? Nee. Splittergranaten haben wir. Ja, der schießt auf den da am Strand, der gerade vorbeirennt. Eigentlich müsste es jetzt zuschlagen, ne? Genau jetzt. Auf den Typen, oder was? Ja. Zwei, ne? Ich kann den Linken holen, ne? Versuch mal. Ich habe einen ausgenockt. Okay, dann müssen wir jetzt go machen, komm. Warte, ich habe mich hingelegt, ich habe mich hingelegt. Warte, ich speise eine Splittergranate rein. Komm, komm, komm. Cover mich. Weiter, aus dem Strand kommen auch Leute, ne? Dann müssen wir jetzt go machen. Ich hoffe, die trifft es. Oh, die ist vorbeigeflogen, fuck. Go, go, go. Wow, fuck. Wollen wir da reingehen? Vom Strand, vom Strand geht es. Ich muss halt eben pausieren, ich muss mich eben aufhieren in dem Schuppe, Dennis. Ich kann nichts machen. Ich muss so weit, ich habe fast kaum Leben. Ja, mach, 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 mach. Zone kommt auch jetzt. Wir müssen die gleich stürmen, Dennis. Ja, komm, komm, komm. Okay. Okay, bist du bereit? Ja, go. Okay, die kriegen gleich Probleme, Dennis. Wir können eigentlich in die Zone gehen und auf die warten, ne? Warte mal, wir sind hier in der Zone, guck mal. Nein, sind wir nicht, oder? Doch, doch. Die müssen runterkommen. Okay, ja, nice. Für uns Jackpot. Oh. Die können ja oben auch in die Zone. Ja, aber die müssen gleich runterkommen. Die sind auch nicht, Dennis. Nein, 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 nein. Das ist oben. Ich schiebe mich auf, ich schiebe mich auf. Mach, mach, mach. Wir sind hier safe. Die fighten sich mit jemand anderes. Okay, sei ready, wenn die fast rauskommen, ne? Mhm. Die kommt. Boah, der hat mich, der hat mich. Einer ist da, einer ist rechts, rechts. Ja, ich muss sagen, ich muss sagen, ich muss sagen, ich muss sagen. Komfort, 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 komfort. Ich musste nachladen. Scheiße. Ich musste nachladen. Oh mein Gott. Ich hätte mich, glaube ich, nicht hinlegen dürfen, ey. Fuck. Ich musste nachladen. Ah, kacke, ey. Boah, wie ärgerlich. Meine Waffe war leer. Ja, egal. Ich hätte switchen müssen oder so. Ich weiß aber nicht, ob ich das so schnell geschafft hätte. Boah, krass. Was ein Ende.